Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag um 15.30 Uhr in Berlin. Uns werden 200 Arminia-Fans begleiten. Das ergibt sich daraus, dass in Berlin 5000 Menschen auf dem gesamten Gelände sein dürfen. Das heißt inklusive Journalisten, inklusive Mitarbeiter von Hertha und auch von Arminia, sodass 4000 Karten verkauft wurden. Davon 5 Prozent ergeben 200 Arminen, die uns mit Sicherheit dort auch lautstark unterstützen werden. Darauf freuen wir uns sehr. Und noch ein kurzer Hinweis. Auch wir haben unser Vereinsmotto stur, hartnäckig und kämpferisch kurzfristig gendert in stur, hartnäckig und impfen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass Impfen aus unserer Sicht die beste Möglichkeit ist, diese Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Unter dem Hashtag zusammen gegen Corona schließen sich ja viele Menschen und Unternehmen gerade zusammen. Und deswegen gibt es auch am Samstag im 11.12. hier in der Schüko-Arena die zweite Booster-Impfung, die Impfaktion unseres Ärzteteams von Arminia von 9 bis 17 Uhr. Da kann man sich noch online anmelden. Also nutzen Sie die Gelegenheit, sich auch da aufzufrischen und zu boostern. Und ja, eine wichtige Sache. Deswegen bitte seid dabei und macht mit. Herzlich willkommen, Frank Kramer, unseren Cheftrainer. Und jetzt haben wir natürlich wie immer eure Fragen. Da bitte ich um ein Handzeichen. Und dann fangen wir an mit Jannis Klimburg für die NW. Ja, hallo Herr Kramer. Ich würde gerne wissen, wie der aktuelle Stand bei Sebastian Vasiljadis ist. Hat er Symptome? Kann er freigetestet werden fürs Wochenende? Symptome hat er keine. Keine mehr, sagen wir mal so. Hat leichte Symptome gehabt. Hat er nicht mehr. Und freigetestet. Da muss man immer von Tag zu Tag schauen. Schauen wir, was rauskommt. Also das kann man immer schwer vorhersagen. Ich bin da natürlich auch Laie, was das betrifft. Aber ja, ihm geht es eigentlich gut. Also aus seiner Sicht wäre das alles prima. Aber klar, da muss natürlich erst ein negativer Test da sein. Und der war gestern noch nicht da. Dirk Schuster, bitte. Wie muss man sich das bei ihm vorstellen? Hat Arminia ihn ausgerüstet zu Hause, damit er so mit allen möglichen Trainingsgeräten oder haben die Spieler das sowieso alle irgendwie privat sich angeschafft, damit er sich entsprechend dann fit halten kann und für den Ernstfall auch noch bereitstehen kann? Das ist unterschiedlich. Das ist bei jedem Spieler natürlich auch so ein kleines bisschen anders. Wir versuchen immer den Jungs da natürlich auch die Möglichkeit eine Hand zu geben. Wenn es nicht der Fall ist, dann bekommen sie dann schon die entsprechenden Gerätschaften. Allerdings ist es natürlich so, wenn er krank ist, dann ist er krank. Also das heißt, da achten natürlich auch die Ärzte darauf, dass das Herz und der Herz-Kreislauf nicht belastet werden, solange da einfach eine gewisse Virenlast auch da ist. Wenn die dann nicht mehr da ist, dann kann er entsprechend beginnen, sich auf breitem Sportniveau zu bewegen. Das heißt aber egal, wie es dann jetzt ist mit seiner Fitness, also spielen wird dann Fabian Kunze in Berlin? Ja, jetzt für Samstag ist es wahrscheinlicher, dass es ein anderer übernimmt als der Sebi. Wir haben ja noch zwei Einheiten, also muss man mal gucken, wie wir das am besten zusammenstellen. Aber für Samstag ist das das wahrscheinlichere Szenario, klar. Also es ist schon so, dass wenn du keine Symptome hast, dann verlierst du natürlich auch nicht so viel. Das ist ja klar. Nichtsdestotrotz, gewisse Einschränkungen waren natürlich über einen gewissen Zeitraum da. Janis, bitte. Wie sieht sonst die Personallage aus? Stehen alle anderen Spieler bereit für Samstag? Ja, der Lennart Cipora ist natürlich auch noch nicht mit am Start. Der erholt sich jetzt gerade. Der kann jetzt so die ersten Einheiten auch so im läuferischen Bereich und am Ball machen. Also dem geht es wieder deutlich besser und hoffen natürlich, dass er bald dann wieder alles auch mitmachen kann. Und ja, ansonsten sind eigentlich alle mit am Start. Dirk, bitte. Herr Kramer, der Cedric Brunner hat unter der Woche gesagt, sechs Punkte aus den letzten drei Spielen bis Weihnachten sollten es sein. Würden Sie so unterschreiben? Ich finde es immer super, wenn man Ziele hat erstmal. Aber der Fokus bei mir jetzt persönlich liegt einfach auf dem nächsten Spiel gegen Hertha. Ich verstehe das, dass natürlich auch jeder seinen Ansatz hat, wie er sowas jetzt angeht, so eine Endphase, die letzten drei Spiele. Ich möchte es nicht im Paket sehen, sondern mein Fokus ist eindeutig bei Hertha. Da wollen wir eine sehr gute Leistung abliefern und wollen natürlich auch erfolgreich spielen. Das gehört ja dann auch irgendwo mit zusammen. Und danach schauen wir dann weiter. Also, wie gesagt, ich finde es immer gut, wenn man sich Ziele setzt, wenn die ambitioniert sind. Und ich selber fokussiere mich auf das, was als nächstes ansteht. Der gegnerische Trainer Taifun Korkut wird oft sehr kritisch gesehen, auch belächelt, wenn er vom Verein verpflichtet wird. Wie sehen Sie ihn und auch die Mannschaft Hertha BSC? Puh, also echt ist das so. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, wir kennen uns, ja, so ein bisschen läuft man sich natürlich trotzdem immer über den Weg, auch wenn wir jetzt da noch nicht so groß gegeneinander gespielt haben oder so. Aber es ist ein sehr, sehr angenehmer Typ und es ist ein guter Typ einfach. Ja, und alles Weitere kann ich ja gar nicht beurteilen. Also, ich weiß auch nicht, wo das wirklich so sein sollte. Bei mir ist es definitiv nicht so. Und Hertha an sich ist natürlich eine Mannschaft mit viel individueller Qualität, wo die Spieler aus einzelnen Aktionen natürlich auch immer dem Spieler einen gewissen Dreh gehen können. Die in der Vergangenheit oder auch in der Saison, das letzte Saison war, ob es diese Saison war, bislang vielleicht das nicht immer so hinbekommen hat als Mannschaft, die komplette Qualität auf den Platz zu bringen. Ja, aber nichtsdestotrotz sind einfach, da ist eine individuelle Qualität da und die müssen wir natürlich versuchen einzudämmen bzw. einzufangen. Ja, da müssen wir gut dagegenhalten und wir müssen es gemeinsam machen. Wir müssen es schaffen, das im Mannschaftsverbund aufzuhalten. Das wird im 1-1 nicht immer so ganz möglich sein. Und nochmal, ich möchte eines ganz betonen, wir gehen untereinander immer sehr respektvoll miteinander um und deswegen auch was den Taifun betrifft. Ich respektiere ihn komplett und kann das nicht nachvollziehen, wenn das tatsächlich so wäre. Dirk, bitte. Wir hatten ja schon nach dem Spiel gegen Köln auch sehr viel über Brian Lasme gesprochen. Wie hat sich das jetzt so dieser Treffer möglicherweise unter der Woche bemerkbar gemacht? Spürt man das bei ihm, dass da irgendwie sich vielleicht was gelöst hat oder so? Wie ist da drauf und ist da die Anschlussfrage gleich hinterher auch jetzt ein Kandidat möglicherweise sogar schon, um in Berlin mal zu beginnen? Also, das merkt man natürlich so an der Gesamthaltung und an der Stimmung. Merkt man das schon immer, wenn jemand erfolgreich aus dem Spiel rausgeht, ist doch ganz klar. Das ist gerade bei den Angreifern natürlich immer so ein bisschen ausgeprägter als bei den Verteidigern, muss man schon sagen. Weil es halt sofort abzulesen ist. Aber ansonsten hat sich nichts geändert. Er hat weiterhin die Haltung. Er arbeitet sehr hart, er arbeitet sehr viel und ist ein Kandidat natürlich. Je nachdem, wie die Ausrichtung halt entsprechend ist, ist der Brian ein Kandidat. Genauso wie der Florian Grüger ein Kandidat ist. Genauso wie der Jani Serra ein Kandidat ist. Aber es sind halt bestimmte Situationen, in denen man mehr das eine braucht, mehr das andere. Da sind wir froh, dass wir diese Möglichkeiten haben, dass wir ihn eben auch am Wochenende erbringen konnten, wo wir das Gefühl hatten, dass wir einfach jetzt ein bisschen Geschwindigkeit noch draufbringen müssen. Ja, dass wir da vielleicht den einen oder anderen setzen können. Das haben wir gemacht, hat er gemacht und gegen Hertha ist es ein neues Spiel. Janis, bitte. Erwarten Sie ein ähnliches Spiel wie beim letzten Aufeinandertreffen? Anfang Mai war es ein 0 zu 0. Keiner wollte wirklich Fehler machen im Abstiegskampf? Müssen wir wahrscheinlich hinterher bewerten, ob das so ist. Früher in der Saison, als das zu dem Zeitpunkt war, hat das natürlich dann schon ein bisschen eine andere Situation, als wenn das Ganze in der Endphase ist. Damals hat zu dem Zeitpunkt beiden der Punkt geholfen. Also nochmal, wir brauchen eine gute Leistung, das wissen wir. Das müssen wir in der Bundesliga, um erfolgreich zu sein. Und das wollen wir auch bringen, die Voraussetzungen von unserer Seite schaffen. Das ist ein neues Spiel, da muss man eben abwarten, wie sich das entwickelt. Dirk, bitte. Jetzt hat Jovetis zwei Tore geschossen, ist auch so bekanntermaßen ein guter Fußballer. Ist das eigentlich so eine Personalie, wo man den Unterschied zwischen den Möglichkeiten, die Bielefeld und Berlin haben, so ganz gut ablesen kann? Ist das ein Spieler, den Sie vielleicht auch ganz gerne in Ihren Reihen hätten? Und müssen Sie dem besondere Aufmerksamkeit widmen am Samstag? Also erstmal ein guter Spieler, Unterschied in den Voraussetzungen, davon kann man ausgehen. Und wir sind total zufrieden mit den Jungs, die wir hier haben, weil die hier hinpassen. Ich weiß jetzt, ich kenne den Jungen nicht, ich kann ja gar nicht sagen, ob er hier hinpassen würde. Ich glaube, das ist bei uns vielleicht auch nochmal ein Stück weit wichtiger, als das vielleicht in einem anderen Umfeld ist, wie zum Beispiel in Berlin, was ja einfach die Hauptstadt ist und wo alles ein bisschen größer ist. Da weiß man immer nicht genau, welcher Spielertyp und welcher Typ passt denn wohin. Und wir sind total happy mit unseren Jungs, weil die alle hierher passen. Und bei dem genannten Spieler weiß ich es natürlich nicht. Aber dass das natürlich ein guter Spieler ist, ein guter Stürmer, der vielen gut zu Gesicht stehen wird, das kann man nicht abstreiten. Das sieht man auch schon allein, wo der Junge vorher gespielt hat, dass da einfach Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind. Modest war ja im Grunde genommen mehr oder weniger wirkungslos. War ja auch jemand, wo man vorher denken konnte, okay, der könnte Bielefeld richtig Ärger bereiten. Gibt es da irgendwie eine Form von Sonderbewahrung? Gibt es einen Spieler, den Sie besonders einordnen und der sich um ihn kümmern soll? Oder ist das am Ende dann doch eine Sache des Verbundes? Ne, das ist eine Sache des Verbundes. Das haben wir im letzten Spiel gegen Köln auch gegen Modest gut hinbekommen. Der ist natürlich ein völlig anderer Spielertyp. Das ist halt eher so der Stoßstürmer. Jovic ist eher ein Spieler, der sich natürlich immer wieder aus der vordersten Reihe so rausbewegt und dann mit Anlauf kommt. Also ein völlig anderer Spieler und das kann man nur im Verbund lösen. Aber man muss es eben auch entsprechend lösen. Das heißt, da müssen alle mit anpacken. Und wenn er sich rausbewegt, dann muss er eben eine Reihe vorher ihn aufnehmen und entsprechend auch wuchtig bearbeiten. Das ist schon ein Unterschied. Janis, bitte. Am 1. Januar öffnet das Transferfenster. Wünschen Sie sich als Trainer noch neue Spieler? Sehen Sie im Kader noch Nachholbedarf? Also ich glaube, da haben in den vergangenen Jahren Samir und seine Mitstreiter einen hervorragenden Job immer gemacht. Und haben immer genau die richtigen Ansätze gefunden und haben den richtigen Kader zusammengestellt. Und das ist Sache, das natürlich auf der Ebene erst einmal abläuft. Wir tauschen uns regelmäßig darüber aus, über Ideen, über Dinge, die wir vielleicht bräuchten oder die auch gut laufen, wo wir nichts brauchen. Also das heißt, wir sind da im ständigen Austausch. Und alles andere ist trotzdem auch Sache des Vereins, dass sie das entsprechend moderieren und wo sie eben Bedarf auch sehen. Ja, weil nochmal, ich bin happy, so wie die Jungs jetzt zusammengestellt sind. Ja, und alles andere, da tauschen wir uns natürlich intern aus. Und Weihnachten ist ja die Zeit für Wünsche. Jetzt haben Sie gesagt Erster, Erster. Da ist es mit dem Wünschen schon wieder vorbei, bis zum Geburtstag. Gibt's noch weitere Fragen? Keine Wortmeldungen mehr. Dann sage ich vielen Dank auch an Frank Kramer. Und denken Sie dran, stur, hartnäckig und impfen. Wir sehen uns am Samstag in Berlin, 15.30 Uhr bei Hertha, unsere Mannschaft. Wir hoffen auf ein positives Ergebnis. Bis dahin, bleibt gesund. Da. 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 Am Anfang. Vielen Dank.